Giesinger Bergfest, Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 83. Es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Wir können gleich noch darüber reden, wie wir dieses Jahr einschätzen. Dieses Jahr 2022, dieses weiß-blaue Löwenjahr. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir es nochmal schaffen, uns an diesem Stammtisch vor dem Jahreswechsel und auch vor Weihnachten nochmal einzufinden. Und ich muss ganz deutlich sagen, Alex, Anja, ich habe euch vermisst. Ja, ebenso. Auch wenn man in der Vorweihnachtszeit wenig Zeit hat dafür. Es ist eine vorgezogene Bescherung, muss man ganz klar so sagen. Also alles, was das Christkind jetzt dann noch dabei hat an Heiligabend, ist Kokolores gegen das heute. Wisst ihr was, was mich an diesem Stammtisch immer sehr, sehr berührt oder was, was ich sehr, sehr toll finde? Wir übertreiben. Nee. Wir setzen das immer in den absolut korrekten und adäquaten Kontext. Und deswegen sind wir der weltbeste und erfolgreichste Podcast des Universums. Dafür hast du dich jetzt selber beschenkt. Ich finde, diese Show heute ist schon beendet. Genau. Der schnellste Podcast der Welt. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten. Nein, Quatsch. Natürlich reden wir heute noch, schauen wir mal, ob es eine ganze Halbzeit wird, aber wir reden auf alle Fälle nochmal über den Löwenkosmos und in den letzten Wochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht steigen wir gleich mal damit ein. Ich habe jetzt das letzte Aufnahmedatum genau nicht mehr im Kopf, aber es müsste Anfang Mitte November gewesen sein. Es war ja nach dem 1 zu 1 zwischen 60 München und Rotpfalz-Essen. Ich habe das Datum, wie gesagt, jetzt nicht gerade auswendig im Kopf, welcher Mittwoch das gewesen ist. Das ist so der 17. gewesen sein. Oder, nee, Moment. Das Essenspiel war Montag, es war der 14. glaube ich. Dann müsste es 16. gewesen sein. Genau, Montag. Ja, genau. Dann war es der 16.11., als das letzte Bergfest erschienen ist. Sondern es ist der 16.12., an dem wir jetzt aufnehmen. Freitag, Spätnachmittag tatsächlich. Ungewohnt. Und deswegen auch, ich weiß nicht, entschuldigen wir uns dafür, dass wir das zum allerersten Mal an einem Samstag erscheinen. Eigentlich nicht, aber wenn sich jemand verwirrt fühlt, dass wir irgendwie aus dem System ausbrechen, das tut uns leid. In Zukunft ist es dann wieder der Mittwoch, den wir anvisieren. Aber so vorweihnachtliche Bescherung, Bergfest am Samstag zum Frühstück ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man uns da schon hören möchte. Man kann natürlich auch erst am Mittwoch hören, also keiner wird dazu gezwungen, gleich zu hören, aber so ist ein bisschen Zeit bis Weihnachten und jeder kann die Vorweihnachtswoche dazu nutzen, um ausgiebig das Bergfest zu hören. Ich finde aber, man könnte es auch an Weihnachten selber dann noch nachhören, falls man es nicht geschafft hat. Unter dem Weihnachtsbaum. Wenn wieder Familie zu viel wird, muss man ja auch öfter ausdrehen. Ich gehe jetzt mal kurz Bergfest hören. Und dann würde man kurz drei andere Menschen hören, wo man sich vielleicht öfter auch denkt, okay, die drei, die sind total verrückt. Aber es befreit vielleicht auch so ein bisschen von Weihnachten dann wieder kurz, so fünf Minuten. Das sind quasi die heiligen drei Podcast-Könige. Die Bescherung unterm Baum. Sehr schön. Es gibt die Bergfest-Könige, oder was sind wir, sind wir dann auch irgendwie so, es gibt die Vorstadt-Könige und wir sind die Bergfest-Könige. So ist es. Ja, und wir haben ja eh so guten Merch mit unseren Pullis, den man ja auch kaufen kann oder gewinnen kann immer wieder. Wir hätten auch Geschenkpapier mit unseren Köpfen machen können. Das habe ich nämlich gesehen, das gibt es jetzt. Das habe ich mir sogar überlegt, ob ich Geschenkpapier mit meinem Kopf mache und irgendeinen Schrott meinen Freunden verpacke, weil dann hätten sie quasi Geschenkpapier mit mir. Also ich sage mal so. Sie könnten dich quasi aufreißen im Wasser. Ja, sie können. Das Thema Fußball ist für heute beendet. Dann könnte man uns, also es hat zwei Effekte. Erstens, man kann uns alle drei dann direkt aufreißen und zweitens, ich glaube, das Auspacken würde zukünftig noch schneller passieren, damit man das ja nicht mehr sehen muss. So, wollen wir jetzt aus dem Schmarrn aussteigen und vielleicht dann doch nochmal ein bisschen über den Löwenkosmos philosophieren. Also ich fand es eigentlich gerade witzig. Ich finde es auch mega witzig, es heitert auf alle Fälle die Stimmung ziemlich auf. Draußen Winter Wonderland, wir machen quasi heute auch die Schneelöwen. Die Löwen haben heute auch Schneelöwen gemacht. 1 zu 0 im Testspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Stefan Lex hat das goldene Tor in der Schlussphase erzielt. Aber wir wollen jetzt gar nicht so im Detail auf das jetzt eingehen, sondern eher so ein bisschen allgemein. Und der Löwenkosmos und auch wir haben in den letzten Wochen pausiert. Die Löwen sind natürlich jetzt auch wieder im Trainingsbetrieb. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, oder fangen wir mal andersrum an, noch läuft ja bis Sonntag, den 18. da so ein weltweites Turnier in Nahost. Ich frage, mich würde es tatsächlich interessieren, wie viel habt ihr von der WM tatsächlich geguckt? War es mehr, als ihr vielleicht vorher gedacht habt? War es weniger, als ihr gedacht habt? Oder fragt ihr euch eher, was findet da statt? Ich habe mehr geguckt. Ich habe weniger geguckt, als bei anderen Weltmeisterschaften zuvor, aber deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Also ich habe auch mehr geguckt, als ich gedacht habe, aber es war eigentlich eher der Weihnachtszeit geschuldet, dass ich für nichts Zeit habe. Aber in dem Kollektiv habe ich viel geschaut. Wisst du, was ich meine? Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist halt einfach ein bisschen seltsam, während der Weihnachtszeit, dass da dieses Turnier läuft. Ich habe auch deutlich mehr geguckt, als ich gedacht habe, weil es halt irgendwie so ist, du bleibst dann doch mal hängen oder zum Abschalten auch mal. Also nicht den Fernseher abschalten, sondern für selber im Hirn abschalten. Und das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich kenne tatsächlich nicht wenige, die den Boykott durchgezogen haben. Bei den Quoten sieht man es ja auch. Aber ein leichtzeitiger Effekt, der sich bei mir aufgetan hat tatsächlich, ist, dass ich es eigentlich ganz angenehm finde, dass der Klubfußball im Dezember pausiert. Jetzt finde ich jetzt ein bisschen, ich bin selber überrascht, muss ich zugeben, aber so irgendwie dieses auch mal im Dezember nicht den eigenen Verein verfolgen, sondern stattdessen vielleicht auch einer anderen Sportart. Ihr wisst, ich bin ja ein Eishockey-begeisterter Mensch. Einfach mal auch so in diesen ersten Wintermonaten sich dann auch auf die Wintersportart so ein bisschen mehr einzulassen und da vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Das ist irgendwie erfrischend. Das kann ich nur bestätigen, ja. Gut, ich war jetzt beruflich beim Eishockey, aber auch öfter als sonst, gerade so Oberliga, Derbys in Niederbayern, was wirklich geil war. Und man hat eben nicht den Löwen irgendwie im Hinterkopf, man hat den Löwen immer im Hinterkopf, aber halt nicht so, ja, am Samstag ist das nächste Spiel, sondern man kann das einfach mal so ein bisschen in den Hintergrund schieben. Und ich war zum Beispiel bei den zwei Eishockey-Derbys Passau gegen Deggendorf, das war geil. Schöne Grüße übrigens an den Stadionsprecher von Passau, der ist auch ein absoluter Urlöwe, Oliver Zschabko, liebe Grüße. Und das war geil und man kann sich auf das ein bisschen mehr konzentrieren. Und die WM, man schaut sie halt. Also ich war jetzt da irgendwie emotional nicht dabei, aber ich schaue es gerne an. Habe ehrlich gesagt in der K.O.-Phase, ich glaube, ich habe nur England gegen Frankreich gesehen, alles andere ist an mir vorbeigegangen. In der Vorrunde relativ viel war England Frankreich, ich glaube schon, oder? Viertelfinale, ja. Genau, und das war eine schöne Nebenbei-Beschäftigung, aber… Aber du konntest ja gar nicht on fire werden bei dieser WM. Also sorry, wenn Deutschland in der Vorrunde rausfällt, in der Vorrunde ist man noch nie on fire so großartig, dann geht es ja eh erst in den K.O.-Runden zur Sache. Und auf das Finale freue ich mich schon. Und ich habe da meinen Favoriten, die mich dem Titel am meisten gönnen. Und ich musste natürlich auch das letzte Spiel von Bela Rethi mir anhören. Das habe ich nicht, wie war er, wie man ihn kennt. Also ich finde ja eh immer, er ist eine Top-Stimme. Und ich habe ja die Ansicht, man muss nicht immer von jedem gemocht werden, weil sonst wäre man auch kein guter Journalist. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich, ist das alles völlig okay und ich fand es sehr emotional auch, dass er mit Sandro Wagner quasi zusammen das gemacht hat und Sandro Wagner ihn aus seiner Generation raus gelobt hat, dass er quasi eine Legende und Vorbild für die junge Generation ist. Und ja, das ist er. Er ist die Stimme vom Fußball. Das Kuriose an Kommentatoren ist ja immer, wenn sie on air sind, meint man, die hasst jeder. Jeder hasst Marcel Reif, jeder hasst Fritz von Turn & Taxis, jeder hasst Bela Rethi. Und sobald sie aufhören, ergießt sich quasi eine Welle der Solidarität und der Liebe mit ihnen. Das war bei Marcel Reif irgendwie schon so, bei Fritz von Turn & Taxis sowieso. Und bei Bela Rethi jetzt auch wieder. Ich habe den auch lange kritisch gesehen, aber ehrlich gesagt, finde ich schon ein Verlust, dass der jetzt aufhört. Weil er einfach, wie du sagst, einer eine Stimme war und ein Charakter und jemand, der einen Stil gehabt hat, einen eigenen Stil. Und tut mir leid. Hey, so viele Spiele, wie der kommentiert hat, ich kann nicht den Nerv von allen treffen. Nee, sowieso nicht. Das ist nicht möglich. Also ganz ehrlich, ob ich denn jetzt mal Spiele gemocht habe oder mal nicht gemocht habe, ist mir Jacke wie Hose. Dass er oft Spieler verwechselt und dass er einfach fachliche Böcke rein hat, das steht auf einem anderen Papier, aber er war immer aufrecht und ich fand auch jetzt bei dieser WM hat er sehr gute Auftritte gehabt. Immer so, auch so mit ein bisschen am Augenzwinkern und selbstironisch, aber auch ironisch, was den Fußball angeht, fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Allgemein finde ich, dass diese WM journalistisch gesehen ganz viel hervorbringt. Also es gefällt mir super, was im Sportstudio passiert mit Merte und Christoph Kramer und Sedlacek, Schweinsteiger, ist eine gute Konferenz. Also journalistisch gesehen, ich schaue da alles, weil es mir Spaß macht. Ich finde, Esther Sedlacek ist eigentlich die Entdeckung dieser WM, journalistisch. Die macht das überragend. Also wenn man so die Jessie Welt mal anschaut, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist halt einfach nicht gut. Tut mir leid. Aber warum ist Esther Sedlacek eine Entdeckung? Ja, sie war vorher schon gut. Esther Sedlacek musste vorher schon jedem ein Begriff sein und nur weil sie im Interview die deutsche Mannschaft richtig zerlegt hat und knochenhart nachgefragt hat, aber das wusste man, dass Esther Sedlacek das kann. Man wusste das als Sky-Kunde vielleicht, aber jetzt ist sie halt in der großen Öffentlichkeit öffentlich. Genau, genau das ist das Thema. Esther Sedlacek hat erstmals die prominenteste Bühne bei so einem Turnier bekommen und zwar im One-to-One mit Bundestrainer, mit Sportdirektor, mit einem Experten. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, was mich auch beeindruckt, also Esther Sedlacek hat unterstrichen, warum sie dort steht und zu Recht richtig, richtig stark. Und das Zweite ist, wie Bastian Schweinstecker plötzlich neben mir aufblüht. Plötzlich ist er ein Experte, so wie man ihn gerne mal hätte. Also deswegen Chapeau dafür. Da wollen wir aber jetzt auch gar nicht so im krassen Detail eingehen. Wir haben gerade gesagt, wir haben einen Favoriten im Finale. Ich glaube, wir sind uns drei einig, der trägt Blau und Weiß. Sowieso, natürlich. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich großartig persönlich etwas gegen die Franzosen hätte, nur die brauchen das Ding nicht nochmal vier Jahre haben. Und eine Karriere wie Lionel Messi, ganz ehrlich, man muss jetzt nicht der große Messi-Fan sein, aber der hat es sich verdient durch seinen Stellenwert im Weltfußball, dass er seine Karriere jetzt krönt, weil dann würde er, ich gehe davon aus, dann ist Rücktritt Nationalmannschaft, dann kann er einen Haken an seine Karriere machen und meinetwegen bei Inter Miami, bei David Beckham dann seine Karriere ausklingen lassen. Das ist alleine wegen der Geschichte, das wäre cool. Ja, das ist das Einzige, um was es mir geht. Vom Kader her, also wäre Lionel Messi jetzt nicht in Argentinien da dabei, dann wäre ich für die Franzosen, weil das gibt fast keinen besseren Kader. Ja, vielleicht das Sympathie-Level ist vorbei, für mich bei beiden Teams. Ich finde das nicht so extrem hoch, aber gut, naja, wir werden es sehen und dann ist dieses Turnier auch beendet. Aus Löwensicht und da ziehe ich mal ganz kurz den Datenlöwen raus, der zum Turnierstart eine kleine Übersicht gemacht hat, ein bisschen Löwen-Flair und ich rede jetzt nicht von den Marokkanern, von den Löwen, vom Atlas, sondern wirklich vom Giesinger-Löwen. Es gibt so ein bisschen Löwen-Flair tatsächlich ja noch, oder hat es gegeben bei der WM, drei Namen, Greg Burhalter als Nationaltrainer der USA, also ich hätte ihn beinahe vom jetzigen Aussehen nicht mehr erkannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann ein alter Bekannter im Trikot von Australien, Milos Stegenek und ganz ehrlich, ich habe mich gefreut, als das einfach mal so genannt wurde, auch bei den TV-Übertragungen, der übrigens auch in Deutschland kein Unbekannter ist, bei 60 München gespielt hat, genau. Und Andrew Ayew, ein Kader von Ghana. Aber wann war der bei den Löwen? In der Jugend, als sein Papa gespielt hat, hat er in der Jugend für die Löwen gekickt. Also das lassen wir jetzt mal so gelten. Lassen wir es gelten. Ja und natürlich Ibiza Ulic. Ja, genau. Stimmt. Urlöwe, Ibiza Ulic. Also den hätte ich ganz vorneweg gesagt. Aber war der im Trainer-Stuff? Ja, der war Kuh-Trainer, glaube ich, ja. Okay. Da ist er her. Und zumindest drei der vier Ex-Löwen sind in die K.O.-Runde gekommen. Also das ist auch bemerkenswert. Ich weiß nicht, Andrew Ayew, Ghana, war nicht in der K.O.-Runde. Nee, die haben es, glaube ich, nicht geschafft. Aber alle anderen drei? Ja. Stark. Kann man einfach, ja, Gratulation, starke Sache. Sind ja auch aus unserer Gruppe alle schon davor fast ausgeschieden. War ja Platz für alle anderen. Ja, 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 ja. An dieser Stelle, weil ich den Daten, den ich gerade zitiert habe, eine Entdeckung unserer Saison ist der Datenlöwe. Und ich bin ganz ehrlich, ich sage, danke an, also ich sage jetzt mal, Philipp, weil er heißt ja Philipp. Cool, dass du Teil dieses unserer Crew bist. Auch wenn du nicht live hier mit dabei bist, aber du versorgst uns regelmäßig mit den Daten und der Austausch ist super. Deswegen herzlichen Dank. Liebe Grüße. Der ist im wohlverdienten Weihnachten, in der Weihnachtspause. Also deswegen heute kein Datenblock vom Datenlöwen, aber im neuen Jahr ist er natürlich wieder am Start. Gut, dann endgültig eingetaucht in den Löwenkosmos. Was hat sich denn die letzten Tage getan? Wollen wir gleich mal so die Brücke schlagen zwischen Katar und 60 München? Es macht vielleicht jetzt auch gar nicht so wenig Sinn, denn auch Michael Kölner war natürlich dort. Ich sage jetzt natürlich, weil grundsätzlich sind dort natürlich viele Vereinsvertreter. Erstens natürlich, um zu gucken, wie entwickelt sich der Spielermarkt. Kann man da Gespräche führen? Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass Michael Kölner versucht hat, mit irgendeinem WM-Fahrer ein Gespräch über einen Wechsel zu 60 München zu führen. Aber natürlich, grundsätzlich muss man auf dem Laufenden bleiben. Wie entwickelt sich der Spielstil? Gibt es neue Ideen? Gibt es neue Taktiken? Gibt es auch organisatorische Sachen? Überhaupt gar kein Thema. Und natürlich waren auch Münchner Medienvertreter vor Ort und der Kollege Manuel Bonke von München, Merkur und TZ, den ich aus meiner Zeit dort ja auch noch ganz gut kenne, hat Michael Kölner abgegrätscht und hat mit ihm ein kurzes Interview geführt. Das war am 30.11., also noch relativ zu Beginn des Turniers. Und sagen wir mal so, dieses Interview hat so ein bisschen Wellen geschlagen. Und ich finde, wir sollten es zumindest mal einordnen. Und auch ich muss zugeben, dass ich über ein, zwei Aussagen mir gedacht habe, ob ich die jetzt so tätigen würde oder ob das meine Meinung ist, eher schwierig. Worauf spielst du genau an? Welche Aussagen haben dich gestört? Ich suche es schnell raus, damit ich auch ja nichts falsch erzähle. Ja, es ging natürlich erst auch um Sportliche. Und genau, es ging da, ihr habt es ja mitbekommen, die Diskussion um die Kapitänsbinde. Wir müssen jetzt nicht, glaube ich, nochmal aufgreifen, was da los war. Und natürlich wurde Michael Kölner auch dazu gefragt. Und seine Aussage war, Fußballer spielen Fußball und Politiker machen Politik. Und das sollte man sich eigentlich immer erinnern. Der Sport hat sich auch selbst verschuldet in eine Rolle gedrängt. Jeder wollte immer irgendwelche Statements abgeben. Das ist eine Untugend, auch in der dritten Liga. Dort muss man an jedem Spieltag eine Schweigeminute abhalten oder ein Statement abgeben. Das kann man auf einer anderen Ebene lösen. Auch hier bei der WM. Auf dem Rücken der Spieler irgendwelche Botschaften verbreiten, die das Land behandeln, in dem viele Leute noch nie waren. Das ist viel, also ich finde, das muss man differenziert sehen. Das ist immer auch, also ich finde, das ist auch das große Problem von Michael Kölner, warum er in den letzten Wochen auch umstritten war, auch in der Löwenszene. Weil er Dinge einfach vermischt und weil er dann vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Sachlich kann ich diese Kritik absolut nachvollziehen sogar. Ich weiß, was er damit sagen will. Aber er kommt dann halt wieder, dann kommt er wieder auf, ja, in diesem Land war ja noch niemand und dann kommt da wieder. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wenn er sagt, Signalpolitik, jede Woche eine Schweigeminute, das ist alles zu viel, da würde ich ihm sogar zustimmen. Ich finde irgendwann, ich fand auch diese One-Love-Binde-Diskussion an einem gewissen Zeitpunkt einfach nur lächerlich. Und der deutsche Fußball hat sich vor allem damit lächerlich gemacht. Weil, wenn du ein Zeichen setzen willst, dann musst du dieses Zeichen setzen gegen jeden Widerstand. Und nicht, wenn die FIFA kommt, dann, ah, okay, nee, dann lassen wir es doch bleiben, weil es könnten ja Konsequenzen drohen. Das ist dann, das ist nicht Sinn von dem Protest. Wenn, dann muss ich es komplett durchziehen. Und so war es halt wirklich wieder nur Signalpolitik. Und da hat er recht, das nimmt im Fußball Überhand, finde ich. Und dann kommt er aber in der gleichen Antwort auf ein komplett anderes Thema und reißt sich damit rhetorisch alles ein, was er vorher aufgebaut hat. Also, um das Ganze mal aus meiner Sicht mal ganz kurz zu sagen. Politik und Sport waren schon immer verbandelt. Das kannst du nicht trennen. Wo ich mit konform gehe, ist, dass es nicht die Aufgabe der Fußballer ist, aktiv irgendwelche Zeichen zu setzen. Die sind da, um ihren Job zu machen. Das hätte auf anderer Ebene schon längst, vor zehn Jahren, bei der Vergabe hätte das schon sein müssen. Ich finde, es gab genügend Aussagen, auch welche, wo ich mir gedacht habe, die hätte man sich sparen können, weil die einfach nur PR-Gelaber waren. Bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Das aber dann zu vermischen mit der dritten Liga, da muss man jedes Wochenende die Schweigeminute abhalten und Statement abgeben. Das finde ich schwierig so, weil das mit Statements abgeben, okay, lasse ich mir vielleicht durchgehen, dass man sich nicht zu allem äußern möchte. Wenn aber etwas vorgefallen ist und da ist eine Schweigeminute, dann macht man das. Klar. Das viele über ein Land sprechen, wo sie noch nicht waren, lasse ich auch irgendwie noch durchgehen. Aber es ist, wie du sagst, dieses Vermischen vom Hundertsten ins Tausende, das ist ein Problem. Ja. Das kommt dann wirklich teilweise blöd rüber. Sagst du mal ein bisschen plakativ. Das ist das. Ja, er kann sich da nicht bremsen, glaube ich. Wie gesagt, ich glaube zu wissen, was er damit sagen will und ich stimme ihm da in der Sache auch zu, aber er überdreht das Rad halt dann auch und dann machst du dich selber angreifbar damit. Wenn er on point sprechen würde, und keiner spricht on point, das ist einfach schwierig, gerade zu so einem Thema, aber wenn er das alles ein bisschen kompakter formulieren würde und eben dann nicht im Kopf das nächste Thema schon wieder aufmachen würde, wäre ihm geholfen. Ich glaube allgemein bei so einem Thema musst du bei einem Baustein bleiben. Du verstrickst dich da nur und ihm lag das halt auf der Seele, glaube ich. Er hat da in den letzten Wochen beobachtet und hat gesagt, okay, das nervt mich, das regt mich auf und das muss ich jetzt loswerden. Und jetzt kommt ein Reporter von der TZ, hält mir das Mikrofon hin und jetzt haue ich mal alles raus, was sich in den letzten Wochen angestaut hat. Und dann ist das menschlich nachvollziehbar, aber es tut ihm halt keinen Gefallen. Und die zweite Frage, oder die nächste Frage, die ihm gestellt wurde, wie er denn Katar erlebt. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass die Frage auch einfach so gestellt wurde. Wie nimmt er das wahr? Und die Antwort, auch da ufert er halt ein wenig aus. Ich zitiere, wer in Doha oder Dubai ist, erlebt diese Länder ganz anders. Egal wo ich hingehe, ich treffe nur freundliche Leute. Da könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ich glaube schon, dass das alles in der Berichterstattung in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Darum bin ich immer gerne vor Ort, um mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, was Katar hier auf die Beine stellt. Und da sind gefühlt fünf Aspekte drin, die man alle einzeln zerpflücken sollte, aber nicht in einem Satz zu packen. Ich fange mal von vorne an. Wer in Doha oder Dubai ist, erlebt diese Länder ganz anders. Egal wo ich hingehe, ich treffe nur freundliche Leute. Da könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ich war Anfang 2020 in Dubai. Eine Metropole, die halt gewachsen ist, das ist nicht organisch, das ist einfach nach oben gezimmert. Du kommst als Europäer dahin, du bist der Gast. Und ja, die Gastfreundschaft wird in diesen Ländern großgeschrieben. Und da sage ich gar nichts dagegen. Unbestritten. Das ist auch richtig. Ich treffe nur freundliche Leute. Ja, weil du mit ihnen auf Augenhöhe begegnest, als Europäer irgendwie. Also du fährst da ja auch als Turi hin. Deswegen, ich sage das mal ganz genau. Du sollst dir auch dein Geld dalassen. Genau. Du sollst dir auch deine Moneten dalassen. So, natürlich sind die freundlich zu dir, weil ansonsten würdest du deine Moneten nicht dalassen. So viel dazu. Die Aussage, ich glaube schon, dass das alles in der Berichterstattung in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Und das ist eine ganz gefährliche Aussage. Das ist in diesen Zeiten eine extrem gefährliche Aussage. Es geht hier um kritischen Journalismus und dass dort in Katar viele Sachen falsch laufen. Aber auch in anderen Ländern eben wie die VAE oder über Kino und so weiter müssen wir jetzt gar nicht erst reden. Aber es ist notwendig, das zu beleuchten und etwas in eine Ecke drängen. Also, wir waren vorhin gerade bei der Berichterstattung über Katar und über die WM und da haben ARD und ZDF, wie ich finde, einen sehr guten Spagat hinbekommen, das Sportliche zu beleuchten, das Organisatorische zu beleuchten, die Lage im Land allgemein zu beleuchten und aber, was sich so wirklich zwischenmenschlich ereignet mit den Gästen dort. Und das sind ganz, ganz verschiedene Themen und Themenbereiche. Und dass hier irgendwas in eine Richtung gedrängt wird, das ist eine ganz gefährliche Aussage, die leider auch aus bestimmten Ecken zu hören ist und das gefällt mir nicht. Und ich glaube, das sagt natürlich auch einer, der nach eigener Aussage der Meinung ist, Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun. Und dann kommt es natürlich zu so einem Schluss, weil du sagst, wenn da eine WM ist, dann muss gefälligst nur etwas Sportliches berichtet werden. Ja, ist menschlich nachvollziehbar, aber es ist natürlich nicht Sinn von kritischem Journalismus. Man muss als Journalist, da bin ich auch selbstkritisch, auch aufpassen, dass man das Rad nicht überdreht und dass man nicht nur auf ein Ding immer nur einhaut und über Wochen, weil das irgendwann... berichtet mit gewissen Untertönen. Eben und immer so mit dem, quasi unter der Prämisse, diese WM ist kacke. Aber es gab Dinge, die sicherlich außerhalb von Deutschland positive Erinnerungen bleiben werden, glaube ich, von dieser WM. Also wenn du nach Marokko schaust oder nach Argentinien oder in andere Länder, da ist die Begeisterung da für diese WM. Die beschäftigen sich eher wenig dafür. Und ich bin auch ganz ehrlich, darf ich da kurz eingrätschen? Wenn ich die Chance bekommen hätte, dort zu arbeiten als Journalistin, ich hätte es gemacht. Ja, es ist ja auch ein Job. Genau, es ist ein Job. Und es bietet mir aber vielleicht auch gleichzeitig die Möglichkeit, das Land ein bisschen kennenzulernen. Und vor Ort habe ich halt ein anderes Bild. Und natürlich kann ich nicht draufhauen, wie ich will, wenn ich da vor Ort bin. Also ein bisschen muss ich mich immer anpassen, egal wo ich hinkomme. Du kannst ja der Bevölkerung keinen Vorwurf machen für das Ganze. Nein, das wird auf ganz anderer Ebene ausgefochten. Und jetzt nochmal vielleicht zurück aus der Sportlerperspektive. Du hast in deiner, wenn du ein guter Fußballer bist, dann spielst du die WM maximal dreimal wahrscheinlich. Und auch nur, wenn du dein Top-Level hältst. Im besten Fall, oder im schlimmsten Falle, schaffst du es nie zu einer WM. Wenn du Glück hast, vielleicht einmal. Und diejenigen, die jetzt hingefahren sind, zum ersten Mal, nimm einen Niklas Füllkruch. Ja, soll der sich schämen oder jetzt mies gelaunt sein, weil er bei dieser WM dabei ist? Natürlich nicht, ja. Nein. Ich finde auch die Debatte frech. Ich finde diese Debatte, die im Vorfeld aufgekommen ist mit der One-Love-Binde und dass es hieß, die Spieler sollen abreisen und das nicht machen und so. Du arbeitest dein ganzes Leben daraus hin. Das ist einfach, das ist Bullshit. Und in dem Fall bin ich der Meinung, dass Sport und Politik getrennt werden müssen. Zumindest zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, wo der Ball rollt. Weil der Fußballer ist ein Fußballer und ist kein Aktivist und ist kein Politiker, sondern er ist Fußballer und dafür wird er bezahlt. Und deswegen ist es auch sein gutes Recht zu sagen, das geht mich nichts an bis zu einem gewissen Zeitpunkt und ich will Fußball spielen. Das würde ich nie jemandem zum Vorwurf machen. Ich mag das gerne, wenn Fußballer sich positionieren, wie Leon Goretzka oder so, die halt wirklich eine Haltung haben und eine Meinung. Wenn aber jemand sagt, mir geht das am Arsch vorbei, auf gut Deutsch gesagt, ich bin Fußballer und mehr will ich auch gar nicht sein in der Öffentlichkeit, dann ist das auch legitim. Ja, und in der Mitte finde ich halt auch zum Beispiel, wenn es mit der One Love Binder aufkommt und dann hält sich die deutsche Nationalmannschaft den Mund zu, weil es zwei Spieler wollen. Ja, aber wenn es nur einer es nicht will, dann machen wir es nicht, weil wir ein Team sind. Aber da ist halt das Problem, dass die Mannschaft in diese Rolle gedrängt wurde. Genau. Durch diese ganze Diskussion davor, sie mussten ein Zeichen setzen und sie waren sich dessen bewusst und das war am Ende auch das große Problem, glaube ich, weil der Verband keine klare Kante gezeigt hat, sondern eingeknickt ist und hat es dann mehr oder weniger auf die Mannschaft abgewilzt. Das Kind ist vor zehn Jahren in den Brunnen gefallen, als diese Weltmeisterschaft vergeben wurde, damals als Sommer-WM und dann fällt ein paar Jahre, glaube ich, drei Jahre später auf ganz schön warme Katar, um diese Zeit und dann ist, ich habe nichts gegen diese Winter-WM, nochmal, haben wir ja vorhin kurz angesprochen, ich habe nichts gegen diese Turnierpause jetzt im Dezember. Ich meine, würde dieses Turnier in Australien stattfinden oder so, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Winter-WM und das wird irgendwann so sein, weil ich ganz ehrlich, in Australien eine Fußball-WM kann ich mir gut vorstellen, überhaupt kein Thema. Also es geht mir nicht um die Jahreszeit, es geht um dieses Geplänkel davor und um die Wahl dieses Ausrichterlandes, das einfach Sportswashing betreibt. Aber jetzt ist es sowieso zu spät. Erstens, das Turnier läuft und zweitens, die Sportler sind nicht dafür verantwortlich. Das sind die anderen bei der, und ich sage es ganz deutlich, bei dieser korrupten FIFA. Punkt. Nichts anderes. Und auch, wie sich der Infantino dahingestellt hat, today I feel gay, today I feel Arab, African, schieß mich tot. Oh Gottes Willen. Also es ist so entlarvend. Also nein. Nein. Also das ist das. Oder diese gekauften Möchtegern-Ultras in der Katar-Kurve. Das sind lauter so Sachen, die machen das Ganze lächerlich. Aber wie gesagt, der Fehler ist in der Vergangenheit passiert. Und jetzt braucht man nicht noch mal mahnend den Finger heben. Also klar darauf hinweisen, was alles falsch gelaufen ist. Vollkommen klar. Und auch, was die Dokumentationen angegangen ist, was da im Nachgang auch noch alles rausgekommen ist. Noch mal Props an Jochen Breyer von ZDF für diese Dokumentation. Geheimsache Katar, glaube ich, hat sie geheißen. Auch an Thomas Hitzelsberger. Auch an Thomas Hitzelsberger. Vollkommen klar. Deswegen, noch mal zurückzukommen auf Michael Kölner, weil sonst sind wir ganz schön abgebogen. Deswegen ganz schwierig, was er in diesem Zusammenhang sagt, wo ich wieder dabei bin. Ich bin immer gerne vor Ort, um mir selber einen Eindruck zu verschaffen. vollkommen richtig. Vollkommen richtig. So soll es ja auch sein. Also es ist mir lieber, als jemand, der blöd daherredet, obwohl er keine Ahnung hat. Und dann noch die Aussage, ich bin absolut begeistert, was Katar hier auf die Beine stellt. Da kann man jetzt ehrlicherweise aus organisatorischen Gründen, wenn du dort bist, sei es vielleicht. Ich sage mal so, das Endergebnis ist gut. Bestimmt. Die Stadien sind bestimmt toll. Und auch die Organisation, was man so hört, ist ja gut. Und was so das Rund um die Stadien angeht. Aber man muss natürlich auch schauen, wie ist es dazu gekommen in den letzten Jahren. Und dann sind halt da, naja, was haben wir? 15.000 tote Gastarbeiter oder was waren es letztendlich? Ich glaube, die genauen Zahlen wird man insgesamt nie kriegen. Oh, Anja macht kurz Pause. Anja ist zu politisch geworden. Ja, Anja. Sie ist auch der Meinung, Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun. Und jetzt müssen wir endlich mal über die Löwen reden. Ja, also ich glaube, Anjas Internet ist kurz in die Knie gegangen, aber die wird sich an diesen Stammtisch bestimmt gleich wieder bequemen. Aber so viel zum Thema dieser Aussagen. Deswegen, das ist das Problem an den Aussagen von Michael Kölner. Zu viel in einen Topf geschmissen und dadurch entsteht ein ganz, ganz, nennen wir es mal unglücklicher Eindruck. Wollen wir mal weitergehen. Alex, du warst, du hast vor ein paar Tagen Michael Kölner zum Interview getroffen. Im Rahmen, das waren glaube ich die Weihnachtsbesuche bei den Fanclubs. Das habe ich das richtig so im Kopf. Richtig, genau. Und ja, ich meine, wir haben jetzt allesamt hier so ein bisschen Löwenpause gehabt. Ich habe auch rausgehört, dass wir alle auch mal das gar nicht so schlecht gefunden haben, einfach mal so ein bisschen durchzuatmen. War das für dich dann auch schon wieder der Einstieg in den Löwenkosmos, dieser Verfrüchte, bevor wir uns an diesem Stammtisch wieder getroffen haben? Und wie waren deine Gefühle? Gefühle? Mei, ich war ja da als Journalist und nicht als Löwenfan, von dem her, ich kann das schon klar trennen. Ich habe mir das mit aller Sachlichkeit angehört und fand es einen guten Auftritt von Michael Kölner, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt auch, glaube ich, mehr oder weniger offen darüber reden. Ich werde ihn nicht zitieren oder so, aber ja, ich habe eigentlich mit dem Fanclub ausgemacht. was bei dieser Fanclub-Veranstaltung passiert, wird nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil es eine interne Veranstaltung ist und ich das als Journalist auch angemessen finde, das quasi als Hintergrundinformation mitzunehmen. Nachdem dann am nächsten Tag in sämtlichen Münchner Medien breitgetreten wurde, was Michael Kölner da gesagt hat, sehe ich das Siegel der Nichtöffentlichkeit als gebrochen an und kann jetzt auch darüber sprechen. Von dem her, ich fand es einen guten Auftritt. Michael Kölner war wild entschlossen, also vor allem wild, aber auch entschlossen. Also er hat in so einer Fragerunde dann zum Schluss schon sehr deutlich die Sachen formuliert, sehr viele Dinge gesagt, die ich so noch nicht kannte, die, glaube ich, auch die Fans nicht kannten. War da, ja, wie soll ich sagen, also er hat schon auf die Kacke gehauen, absolut. Und hat gezeigt, dass er brennt für 60, hat er auch mehrmals betont, er trägt diesen Verein im Herzen mittlerweile und er hat da was angefangen, er hat ein Projekt gestartet bei 60 vor drei Jahren und er will da jetzt auch quasi ein Ergebnis dabei erzielen, dass halt nicht der vierte Platz ist, sondern ein Platz mindestens weiter vorne. Ich fand es einen guten Auftritt, er hat sich sehr gut verkauft, er kann das halt auch wie kein zweiter. Michael Kölner ist einfach jemand, der, glaube ich, eine große Menschenkenntnis besitzt und der dann auch weiß, okay, ich sitze hier vor einem Fanklub, die haben vielleicht schon ein, zwei Bier getrunken und da kann ich jetzt ein bisschen anders reden als vielleicht, wenn ich mit einem Journalisten spreche. Das hat er sehr gut gemacht und hat immer wieder Pointen gesetzt auch und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wirklich ein guter Auftritt, ja. Anja ist wieder zurück. Wir sind auch nicht mehr so politisch, Anja, jetzt reden wir endlich über Sportliche, endgültig Löwenkosmos. Und wir sind gerade beim Gespräch von Alex mit Michael Kölner bei dem Fanklub Besuch. Du hast gerade gesagt, dass das deutlich herauszuhören ist, dass das 60 Jahre sein Projekt momentan ist und da möchte er etwas erreichen. Er hat, glaube ich, noch irgendwas gesagt, ganz wörtlich kriege ich es nicht mehr hin, aber er möchte am Ende seiner Laufbahn nicht 20 Wappen auf der Brust gehabt haben, sondern eine gewisse Auswahl, eine Handvoll, hinter denen er aber hundertprozentig gestanden ist und wo er eine Handschrift hinterlassen hat. Damit ist das Thema FC St. Pauli, was ja auch aufgekommen ist, erledigt. Das, glaube ich, hat er auch nochmal betont. Das hat er mir auch persönlich dann nochmal gesagt. Ich weiß, oder er vermutet, wo es herkommt. Ich habe es auch vermutet, wo es herkommt. Sportdirektor beim FC St. Pauli ist Andreas Bornemann. Und Andreas Bornemann ist Michael Kölners Intimus bei Nürnberg gewesen. Die sind ja quasi damals, ja, quasi gegenseitig über die Beine des anderen gestolpert, weil die so eng zusammengehalten haben und gesagt haben, wenn der eine geht, muss der andere auch gehen. Und natürlich, wenn man als, ich weiß nicht, wo das Gerücht herkam, ich glaube von der Bild, natürlich fließt man da aus gewissen Dingen oder aus der Vergangenheit vielleicht. Und dann bringt man halt Michael Kölner bei St. Pauli ins Spiel. Michael Kölner hat auch bestätigt, dass er mit Bornemann immer wieder in Kontakt ist und dass sie erst telefoniert haben und dass sie sich ausgetauscht haben und dass Andreas Bornemann ihm auch gesagt hat, dass sie jetzt bald den Trainer rauswerfen werden, dass das so nicht weitergehen wird. Aber sie haben zu keinem Zeitpunkt darüber geredet, dass Michael Kölner zum FC St. Pauli wechseln sollte. Mich hätte es persönlich auch gewundert. Ja. Also natürlich, dass wenn du vor allem an einem Standort wie 60 München an der Grünwalder Straße gute Arbeit leistest, dass dich das interessant macht, wundert mich nicht. Und auch mit der Vita, dass er halt einfach mit Nürnberg damals auch den Aufstieg geschafft hat, klar. Ja. Warum soll ein Zweitligist, ein ambitionierter Zweitligist nicht auch so jemand mal auf der Rechnung haben? Aber ich glaube schon, auch Michael Kölner ist da im bayerischen Raum, würde ich mal sagen, sehr verwurzelt, weil man hat es ihm angemerkt, er fühlt sich wohl in der Oberpfalz, war ja in Furt im Wald bei den Burgstall-Löwen Gleisenberg. Da war unter seinesgleichen auch sprachlich und ich glaube, ein Michael Kölner in Hamburg täte sich eher schwer. Also nicht mal, was die Sprache angeht, aber einfach die Mentalität und er fühlt sich da. Ja, sowohl als auch. Und seine Frau hat ihm auch schon gesagt, sie wird nicht umziehen, sie bleibt jetzt in München. Entsprechend war das Thema, es war vom Tisch, bevor es überhaupt auf dem Tisch gestanden ist. Und ansonsten, ja, Michael Kölner, auch insgesamt wieder in Anführungszeichen, ich will das nicht sagen angriffslustig, aber er spricht über Maulwürfe oder Interna, die nach außen getragen werden aus einer Richtung, geht dann aber auch nicht genau drauf ein, was er genau meint. Das lässt natürlich Spekulationsraum offen, auch darüber wird im Löwenkosmos diskutiert. Ich glaube, Michael Kölner ist einfach so, er muss reden und wenn er ins Reden kommt, dann ist er halt schon noch schwer aufzuhalten und er weiß aber auch ganz genau, welche Sätze er vielleicht nicht sagen sollte und das gibt Interpretationsbedarf oder Interpretationsspielraum und das ist dann für, ich sage mal so, einen, wie soll ich sagen, ja, wie sagt man das, umtriebigen Löwenkosmos, wie wir ihn haben, futtert. Es trägt dich zur Bedürfung bei, ja. Ich fühle es irgendwie so ein bisschen. Es ist eigentlich ein bisschen weiblich, oder? Was fühlst du? Okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist eigentlich so ein bisschen weiblich, dieses, ich fange das Reden an und komme von Punkt X direkt durchs ganze ABC zurück zu A. Ja, stimmt. Also, weiß ich nicht, ich kann ihm super folgen, gell, ich glaube, die weiblichen Löwenkosmos haben wenig Probleme. Du weißt auch, was er sagen wollte, auch wenn er Sachen nicht gesagt hat, oder? Ja, ja. Also auch der Gedankensprung, ich kann denen mitgehen. Und auch währenddessen, Ihr Männer tut euch da oft schwer. Und dann währenddessen quasi merken, okay, vielleicht soll ich in die Richtung nicht weiter galoppieren, also galoppiere ich ein bisschen auf ein zweiter ab. Galoppiere ich kurz ab. Ja. Trab in die andere Richtung. Und dann trabt man von der zweiten Richtung. Hauptsache nicht stehen bleiben. Ist das die Erkenntnis? Michael Kölner ist in seiner Außendarstellung, in seinem Interviewverhalten weiblich. Will ich jetzt nicht sagen, aber ich fühle es irgendwie ein bisschen. Also ich habe diese Gedankengänge auch so schnell. Anja, ich bin so froh, dass wir dich hier an dieser Stammtischrunde haben. Jetzt geht es darum, was wollte er denn eigentlich sagen? Was hat er uns verschwiegen? Das müsstest du ja jetzt auch wissen. Wenn du seine Gedankengänge quasi nachvollziehen kannst. Natürlich, aber jemand, der was verschweigt, der soll das auch verschweigen. Okay. Weil Reden ist Silber und Schweigen ist manchmal Gold. Das ist für so einen Podcast super, Schweigen. Das haben wir doch eher, dieses Zitat hat man doch erstmal im Löwenkosmos, oder? Ich habe mir da drüber keine Gedanken gemacht. Ich glaube, dieses Zitat mag Michael Kölner ganz gerne. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich glaube, das mag er ganz gerne. Naja, nichtsdestotrotz. Das Gute ist, oder ja, das heißt, das Gute, der Löwenkosmos ist wieder am Laufen. Die Löwen sind im Training, wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, am heutigen Freitag ein Testspielsieg gegen den 1. FC Nürnberg am Trainingsgelände. Es gab zum Abschluss oder kurz vor der Winterpause ja noch ein Testturnier, den Wörther-Sieg gehabt. Da hat 60 München doch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, ist dort ins Finale eingezogen, nachdem man im Halbfinale Hertha BSC schlagen konnte, wenn auch erst im Elfmeterschießen, wobei man auch sagen muss, man hat auch den Ausgleich erst in der 93. Minute gemacht. Trotzdem ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und das Finale dann knapp verloren gegen Klagenfurt. Und wie es jetzt weitergeht mit 60 München? Klar, es steht demnächst das Trainingslager an. Es geht in die Türkei. Davor gibt es aber auch nochmal hier in Deutschland Testspiele und zwar schon, wenn ihr diese Folge hört, am Samstag, den 17. gibt es ein Testspiel 60 München bei der TSG Hoffenheim, tatsächlich in Hoffenheim im alten Stadion. 15 Uhr gibt es, glaube ich, live auf YouTube und dann noch am 20.12. Das ist der Dienstag, glaube ich, um 13.30 Uhr am Trainingsgelände nochmal ein Testspiel gegen Bayreuth und dann ruht quasi der Spielball nochmal bis ins neue Jahr und dann geht es ins Trainingslager in die Türkei. Dort gibt es dann zwei Testspiele. Einmal gegen den 1. FC Kaiserslaut und am 8. Laut Homepage spielen sie so am 8.1. sowohl gegen Kaiserslautern als auch gegen den FC Uta Arad. Also das... Ja, ja. Also am selben Tag, das könnte ein bisschen schwer werden. Thema Trainingslager würde ich tatsächlich gerne einhaken. Ja. Da muss ich jetzt Michael Kölner wirklich zitieren aus dieser Fanclub-Veranstaltung, weil das war wirklich interessant und ich glaube, das sollte und darf auch jeder wissen, war ja oder ist groß in der Kritik dieses Trainingslager, im Luxushotel, abgeschottet, nicht zu finanzieren für den normalen Fan, würde ich jetzt mal sagen oder schwer zu finanzieren, gab es große Kritik. Michael Kölner hat ein bisschen erklärt, wie es dazu kam, zu diesem Trainingslager und er hat auch erklärt, warum aus seiner Sicht diese Kritik völlig unbegründet ist. Er hat gesagt und das hat er vorgerechnet, insgesamt kostet dieses Trainingslager 2.000 Euro mehr im Vergleich zum Trainingslager vor einem Jahr. Oder vor einem Jahr. Doch, letztes Jahr waren sie im Trainingslager, normalerweise. Auch im Welleck. Und das war ein anderes Hotel und war ein Hotel, wo davor halt schon fünf Mannschaften waren und entsprechend haben die Trainingsplätze ausgeschaut und jetzt haben sie geschaut, okay, wir schauen nach Hotels, ich glaube, so wie er gesagt hat, haben sie sogar einen runtergeschickt in die Türkei, der sich sämtliche Hotels da im Umkreis angeschaut hat oder gefragt hat, wer ist denn bei euch vor dem Termin, wo wir dann ankommen? Und dann blieb eigentlich nur noch dieses Hotel über, da ist der SSC Neapel, hat er gesagt, irgendwann im Dezember schon, ich glaube jetzt sogar schon und die reisen dann ab und dann sind drei oder vier Wochen oder zwei Wochen dazwischen, wo dieses Hotel Zeit hat, die Plätze so herzurichten, dass du dann perfekt drauf trainieren kannst. Und dann haben die gesagt, ja, es kostet uns 2.000 Euro mehr und wir haben garantiert perfekte Trainingsbedingungen. Dann machen wir das. Das war die Entscheidungsfindung für dieses Trainings. Hat Michael Kölner so erzählt, ich gebe nur das so wieder. Ob das dann 100% der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, aber ich gebe es jetzt mal so wieder und so hat er es gesagt und ich glaube, das darf auch so jeder wissen. Dann muss ich allerdings sagen, war es ein Kommunikationsfehler. Ja. Weil natürlich plakativ, wenn du sagst, ich vergleiche das Trainingslager vom letzten Jahr mit dem, was jetzt ist. Ich schaue mir die beiden Hotels an und sehe, oh, das ist aber ein brutales Upgrade. Dann kommt natürlich, das muss teurer sein. Dann gibt es noch Stimmen, die das sogar bestätigen, dass das nicht verstanden wird, warum man das macht. Und dann wäre es doch eigentlich ein leichtes zu sagen, passt auf, so und so ist es gelaufen. Das gibt, wir haben ein Upgrade für, man muss ja keine Summe nennen, aber man kann ja sagen, natürlich ist es teurer, aber ihr glaubt nicht, das ist ein vierstelliger Betrag. Ja. Und der verschafft uns aber, wir haben halt in Anfangs vielleicht sogar ein Schnäppchen geschlagen. Kann man doch sagen. Wo ist das Problem? Du lässt wieder eine Baustelle aufkommen, einen, ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, aber eine Diskussion, die dermaßen jeglicher Basis entbehrt, wenn du da mit offenen Karten spielst. Wenn du mit Fakten einfach dagegen gehst, ja, aber das ist ja, ja, Kommunikation und 60, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass der Hauptgrund der Kritik ist, dass die Fans, die eigentlich immer mitfahren ins Trainingslager, halt vielleicht in einem anderen Hotel unterkommen müssen, das nicht so teuer ist. Ich verstehe das aus Fansicht, dass man sich darüber ärgert. Ich verstehe aber auch Michael Kölner, der sagt, naja, dann müssen die halt in einem Hotel nebenan schlafen. Bei anderen Vereinen ist das gang und gäbe, dass die Fans eben nicht mit ins Teamhotel dürfen, sondern sich ein anderes Hotel suchen müssen und dann halt zu den Trainingseinheiten kommen oder zum Gemeinschaftsabend oder was halt dann so ansteht. ich verstehe ihn da wirklich. Ich verstehe den Ärger der Fans, die da mitfahren. Ich verstehe aber auch Michael Kölner. Ich kenne das eigentlich nur so aus meiner Arbeitszeit, dass die Fans woanders untergebracht sind als die Spieler. Ich sehe da jetzt kein großes Problem. Nein, vor allem die machen ihre Fanabende und wenn du zu den Trainingseinheiten kannst und selbst wenn sie geschlossene Trainingseinheiten haben darunter, ist es auch okay. also ich habe genug Zeit, das zu machen. Jeden Respekt gegenüber, der da mitfährt und dafür sein, ich sage es jetzt ganz hart, Urlaub opfert, weil man hat nicht unbedingt viele Urlaubstage und die dann quasi zunehmend mit 60 ins Trainingslager fährt, vielleicht auch in Ländern, wo ich gar nicht hin möchte, dann finde ich das oha. Aber Vereine sind anders formuliert. Oder findest du es Doha? Das könnte auch sein. Ja, könnte auch sein. Aber also mal ganz ehrlich, ich war ja auf mehreren Reisen von anderen Vereinen schon dabei. Ja, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist halt Profifußball. Das ist jetzt nicht, dass irgendein Kreisligist aus dem Bayerischen Wald nach Kroatien vier Tage ins Trainingslager fährt zum Trainieren, in Anführungszeichen, wo halt dann noch der, keine Ahnung, 20 Menschen als Anhang noch mitfahren. Das ist das Drittligist. Wir sind im Profifußball und da müssen auch in gewisser Weise oder in gewissen Themen Profifußballentscheidungen getroffen werden. Und das ist halt so eine. Ich finde das, ja, die Aufregung ist ein bisschen, wird ein bisschen zu hoch gekocht. Aber natürlich auch, weil andere Themen fehlen momentan. Erstens das, und natürlich ist sie hoch gekocht, weil plakativ siehst du Hotel A und Hotel B und dann sagst du, wie sollen wir uns das leisten können? Wir sind doch finanziell eh nicht gut gebettet. Also, aber das hätte man so leicht einfangen können. Aber gut, es ist der Löwenkosmos, ne? Ja, wo machen wir weiter? Was haben wir denn noch Schönes? Ja, ich glaube, wir haben von unserem Edelfand eine Sprachnachricht geschickt bekommen. so ist es. Wir haben ja dazu aufgerufen bei Instagram, was wünscht ihr euch aus Löwensicht für das Jahr 2023? Was sind die Visionen, die Träume, die Hoffnungen, die mit diesem Jahr 2023 verbunden sind? Wir haben viele Antworten bekommen, können wir vielleicht später noch darauf eingehen. Aber einer hat uns mal wieder, wie eigentlich immer, wenn wir sowas machen, zuverlässig eine Sprachnachricht geschickt. Maxi Thonhauser, Edelhörer, Aushilfsgast an diesem Stammtisch. Genau, ich spiele es einfach mal ab. Ich wollte mich erst mal bedanken, dass ihr vor Weihnachten noch mit einer neuen Folge rauskommt. Ich wünsche euch und euren Familien erholsame Feiertage, erholsame Festtage und dann einen sauguten Start ins Jahr 2023, in dem ich mir für unseren, beziehungsweise für den geilsten Club der Welt, wie es schon heißt, wünsche, dass er, beziehungsweise er und die Spieler von Verletzungen, Krankheiten und Ähnlichem verschont bleiben und endlich das große Ziel Aufstieg in unser Dach und Fach gebracht wird. Ich hoffe, dass sich keiner mehr verletzt, dass die Mannschaft so zusammenhält, wie am Anfang der Saison und dass es endlich was wird. Habt eine tolle Sendung, ich freue mich drauf und kommt gut ins neue Jahr und habt schöne Feiertage. Servus! Merci dir, Maxi. Sprachnachricht ans Bergfest-Phone. Also ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, uns eure Eindrücke schicken, die wir dann auch bei Bedarf hier auch in der Sendung abspielen können. Ich gebe euch nochmal die Nummer, das ist die 0177 412 5984 das Bergfest-Phone. Aber ich würde da gleich weitermachen, Alex. Wir haben ja viele, viele, vor allem schriftliche Antworten noch bekommen auf unserer Umfrage und ich glaube, das meiste ist klar. Es ist das Wort mit A. Es ist, ja. Ich kann ja mal zitieren. Also es gibt den Aufstieg. Den Aufstieg. Aufstiegsfeier in Giersing. Was haben wir noch? Eine weiß-blaue, eine große weiß-blaue Partie im Mai. Den Aufstieg in die zweite Liga. Mai, ein Aufstieg wäre schon schön. Ja. Ach ja, Offensivfußball, Leidenschaft, Kampf und zum Ende der Saison. Wer hätte es gedacht? Den Aufstieg. Also es ändert sich sehr. Es gab ein paar andere Antworten auch, können wir vielleicht im Speziellen da noch drauf eingehen, aber das große Ziel natürlich für uns alle. Der eine Tag im Mai. Ja. Wünscht man uns, glaube ich, alle. Und ja, ich glaube, das andere Thema ist das Stadion-Thema. Das will ich jetzt aber nicht ganz großartig aufmachen. Fakt ist, die Gespräche laufen und da, glaube ich, gibt es im Anfang 2023, glaube ich, den nächsten größeren Gipfel. Und hoffentlich endlich irgendwann erleben wir noch eine Lösung für diese Frage. Ich habe mittlerweile ein bisschen die Hoffnung verloren, aber ja, mal schauen. werden wir weiter beobachten, aber im Nebel stochern werden wir jetzt dabei nicht. Lasst uns vielleicht, bevor wir zu den Shortcuts am Ende kommen, sind ja doch dann einige, die da noch da sind. Ich würde gerne ein bisschen persönlich werden. Das Löwenjahr 2022 endet ja auch für uns quasi. Das ist die letzte Folge in diesem Kalenderjahr 2022. und wir haben uns darauf geeinigt, wir sprechen über unseren Löwenmoment des Jahres und ich glaube, jeder hat so seine Momente. Wir haben sie jetzt im Detail nicht ausgetauscht, aber ich bin gespannt. Wer mag denn beginnen? Fangen du an, Flo? Ich? Ich muss gleich aus der Reihe tanzen, denn bei mir sind es eigentlich drei kleinere. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Na klar. Die erste, ganz aus persönlicher Bergfestsicht, war der Löwenmoment des Jahres für mich tatsächlich unsere Folge 60 mit Löwenpräsident Robert Reisinger, weil das einfach etwas war, wo ich mir gedacht habe, es wäre cool, wenn das mal klappen würde. Hat geklappt. Und aus rein sportlicher Sicht gibt es zwei Sachen. Beim ersten werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, hä? Und zwar das 1 zu 2 im Spiel Türkecü gegen 60 im Olympiastadion und zwar einfach aus Nostalgiegründen. Da habe ich mir gedacht, dass ich die Löwen noch einmal nicht als Medienvertreter, sondern tatsächlich dann als Schaltragender in der Nordkurve des Olympiastadions sehe. Auch wenn das Spiel die größte Katastrophe war seit langem und wahrscheinlich auch das schlechteste Spiel des Jahres gewesen ist, mitunter. Aber so dieses Gesamtding mit Freunden nochmal so, einzutauchen und sich nochmal wie, keine Ahnung, da mal 16 Jahre zu fühlen oder so. Und das zweite, oder der letzte Minimoment, der ist, werdet ihr vielleicht auch im ersten Moment sagen, ja okay, vielleicht ein bisschen plakativ, aber mit der zweiten Begründung werdet ihr es verstehen. Das 6 zu 0 des TSV 1860 in Duisburg am 24.04. Und warum? Es war das erste Löwenspiel, das ich als Papa erleben durfte und mein wenige Tage alter Sohn saß oder lag halt daneben und das ist ein Moment, den werde ich in diesem Jahr nicht, das werde ich mit Bezug auf 2022 halt nicht vergessen. Der Kleine gesund daheim, wenige Tage erst, so ein bisschen runterkommen, Elternzeit dann haben, dieses Löwenspiel gucken, den Kleinen immer wieder im Blick zu haben und dann siehst du dieses Spiel auch noch oder denkst du ach, drei kleinere Momente vielleicht, wobei der letzte für mich natürlich das Größte war. Ja, der wird aber auch über 2022 hinausbleiben, der Moment, könnte ich mir vorstellen. Sehr schön. Anja? Sportlich im Löwenskosmos, aber nicht im Kosmos der Profimannschaft. Wiedersehen mit Thomas Miller und Benni Laut zum Legendenspiel. War nice. War für mich eigentlich noch cooler als Türkeci 60 unterm Zeltdach, weil es einfach Spieler waren, die sich mit diesem Zeltdach auskennen. Hatte was und der versöhnliche Saisonabschluss im Grünwalder Stadion, wo ich mit dir, Alex, war und mit meinem Papa. Und mein Papa alles gefilmt hat, als wäre er selber wieder jung gewesen, weil er hier früher schon stand. das war wirklich ein schöner Moment. Es war ein schöner Tag, schöner Sommertag, danach mit Sonnenbrand auf den Knien und Unterarmen. Es war gar nicht so warm, glaube ich, aber ich hatte eine kurze Hose an. Aber doch, es hat da hingewiesen. In der Sonne war es brutal, in der Stehhalle war es extrem heiß. Es war übrigens 6 zu 2 gegen Dortmund, oder 6 zu 3? 6 zu 3. 6 zu 3. Es war einfach ein schöner, lockerer Nachmittag. Man wusste, es geht um Platz 4, okay. Aber es war so irgendwie ein bisschen... Und man hat eigentlich aber auch damit gerechnet, dass eigentlich nichts mehr geht. Es war einfach ein geiles Spiel, beide Teams mit offenem Visier. Übrigens haben wir da einen Hörer auch kennengelernt, Markus, aus Tirol, der neben uns gesessen ist. War auch wirklich eine schöne Begegnung. Es war, finde ich, kann ich nur bestätigen, war ein sehr, sehr schöner Moment. Absolut. Tja, Alex, dann bist du noch dran. Ich kann es auch zweiteilen. Bergfest, aus Bergfest-Sicht einfach unser erstes komplettes Jahr als Podcast. Auch das bemerkenswert, es fühlt sich an, als würden wir es irgendwie schon viel länger machen. Gleichzeitig fühlt es sich an, als hätten wir gerade erst gestartet. Also es ist irgendwie ein komisches Zeitgefühl. Und die Gäste waren auch geil, die wir hatten, finde ich. Also ich habe jetzt gerade nochmal durchgeschaut. Markus Schwabel, Christian Straßburger, der übrigens bei der WM bei Magenta wirklich einen sehr geilen Job macht. Geiler Kommentator. Simon Pierce, wen hat man noch? Robert Reisinger natürlich, Felix Weber. Wir hatten Alexander Schmidt ein zweites Mal, der erste Gast, der ein zweites Mal dabei war. Henrik Bohnmann, Nico Kager, geile Folge. Übrigens auch wie Markus Schwabel war auch eine geile Folge, finde ich. Nachher wie vor, mein Highlight, finde ich, die beste Folge, die lustigste Folge. Und der letzte Gast des Jahres 2022 war tatsächlich Benjamin Laut. Und das natürlich auch aus, da wird man plötzlich wieder, ist man plötzlich wieder zehn und ja, einfach geil, dass wir den im Podcast von verliebt. Und holt den Starschnitt wieder raus, gell? Falls nicht im klassischen Sinne verliebt, aber. Und mein Sport, wobei es war eigentlich auch kein sportlicher Moment, aber es hatte mit einem Löwenspiel zu tun. Das war der Fanmarsch vor dem Pokalspiel gegen Dortmund. Das war wirklich atmosphärisch ziemlich geil. also, wie heißt der Platz, wo wir da gestanden sind am Anfang? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Hans-Milich-Platz. Hans-Milich, genau. Und erstes Mal schon die Geschichte mit dieser Seniorin, der der Maxi Donhauser ein T-Shirt, dieses blaue Motto-T-Shirt geschenkt hat, die dann von tausenden Löwenfans bejubelt wurde in ihrem Fenster da im Erdgeschoss. Auch das, geile Szene. Und dann der Marsch hinauf zum Giesinger Berg mit, ich weiß nicht, wie viele Löwenfans es waren, aber bestimmt zwei, dreitausend. Einfach geil. Also wirklich atmosphärisch das Beste, was ich erlebt habe in dem Jahr. Sportlich, kann ich jetzt gar nicht so, das Spiel gegen Duisburg war gut, das 4-1, da war aber vor allem die erste Halbzeit geil. Ansonsten, ja, waren bestimmt wieder ein paar coole Spiele dabei. Ich kann mich jetzt speziell an kein einzelnes erinnern, wo ich sage, das würde ich jetzt rausheben. Aber im Großen und Ganzen war es ein schönes Löwen. auch wenn der Abschluss jetzt vielleicht nicht so war, wie wir uns gewünscht hätten mit vier sieglosen Spielen in Folge. Aber insgesamt hatten wir schon schlechtere Jahre als Löwenfans. Das mit Sicherheit. Und die Saison ist noch lang und der Löwe ist auf Schlagdistanz. Damit gehen wir in die Winterpause. Dann lasst uns auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben noch eine Handvoll Shortcuts, die ich reinwerfen würde. und erst mal Hassan Ismail wird wieder Darlehen umwandeln. Das heißt also, die finanzielle Stabilität ist erst mal wieder gesichert. Es sind auch noch mal 3,2 Millionen zugesichert worden. Und eben zu oder parallel dazu gab es ja mal gab es noch ein bisschen Wirbel. Ich bin da auch einmal drüber gestolpert, eben diese Fortführungsprognose und droht da vielleicht ein Punktabzug. Nein, droht nicht. Und jetzt kommt noch eine Meldung hinzu. Vom Financial Fair Play aus der Saison 2021-2022 wird der Löwe belohnt. Der Löwe kriegt aus diesem Solidaritäts- oder Belohnungstopf des DFB tatsächlich Geld und zwar mag es vielleicht nicht so hoch klingen, aber es sind 22.916,67 Euro für positive Fortführungsprognose, glaube ich. Oder warte, ich lese. Sind die Spesen für das Trainingslager. 22.000 Euro. Da geht was in der Türkei. Seit 2019 belohnt der DFB nämlich besonders gut wirtschaftende Drittligisten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt erst drüber geschaut, wie 60 profitiert für gut wirtschaftende Teg. Aber gut. Das in einem Satz ist auch bemerkenswert. Also es geht um ein positives Saisonergebnis und die Planungsqualität. Ich sage mal, das positive Saisonergebnis wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil es scheint eine sehr gute Planungsqualität zu sein. Und man hat ja immerhin Geld bekommen, weil es gab, der MSV Duisburg zum Beispiel hat glaube ich 80.000 Euro bekommen. Also es gab einige Vereine, die da deutlich besser abgeschnitten haben, aber es gab einige Vereine, die auch überhaupt kein Geld bekommen haben. Ja, namentlich sind das, ich sage mal so, der erste Name wundert jetzt nicht türkische München. Dann kommen dazu noch Viktoria Berlin, der FSV Zwickau, der 1. FC Kaiserslautern, die Würzburger Kickers und auch Wien, Wiesbaden. Die sind allesamt leer ausgegangen. Ja. Aber jetzt zum Beispiel für Vereine wie Ferl oder Habelse, die bei knapp 43.000 bekommen haben, für die ist das natürlich schon... Das ist ein satter Betrag auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt... Ich finde eine Fairplay-Tabelle, da werde ich immer nostalgisch, weil es war doch früher so, wer in der Fairplay-Tabelle, also in der richtigen Fairplay-Tabelle, gelbe, rote Karten, in der Bundesliga oder ich glaube, doch in der Bundesliga ganz vorne stand, hat im Ui-Cup spielen dürfen, oder? Das gab doch mal eine Zeit. Ja, irgendwas gab es. Irgendwie sowas. Oder bei einer Haching irgendwie reingelost wurde. Ja, oder Arminia Bielefeld, glaube ich, hat auch mal Ui-Cup gespielt oder so. Also es war dann so ein Thema immer am Ende der Saison, ah, die könnten jetzt, wenn die jetzt keine gelbe Karte mehr bekommen, dann spielen sie international. Völlig kurios. Aber das genaue Prozedere weiß ich nicht mehr. Aber ungefähr so war es. Schönes, 60 profitiert und es geht weiter. Punkt. Erstmal gut. Zweiter Punkt, der TSV 68 e.V. startet eine Mitgliederoffensive. Aktuell hat 60 ja knapp 24.000 Mitglieder grob gerundet. Das Ziel ist die 25.000 und bis zum 4. Advent, also diesen kommenden Sonntag, den 18.12., entfällt beispielsweise die Aufnahmegebühr, die sonst fällig werden würde. Also wer noch Mitglied werden möchte oder vielleicht eine Mitgliedschaft noch verschenken möchte zu Weihnachten, so bin ich übrigens 1998 an meine Mitgliedschaft gekommen. Dann ist das jetzt die Gelegenheit. Schöne Sache. Schön, ja. Da geht auch noch ein bisschen was. Wird aber gar nicht so offensiv beworben irgendwie. Bei Social Media habe ich es gesehen, aber wir reden ja jetzt drüber. 60 übrigens momentan so ungefähr auf Platz 24 in Deutschland der größten Mitgliederstärksten Vereine. Und noch ein kleiner Event-Hinweis, den ich hier auch noch spontan gesehen habe. Kreative für 60 bei Friesing in Giesing. Alleine schon wegen dem Namen finde ich das super. Und zwar am Montag, den 19.12. ist der TSV 6860 e.V. gemeinsam mit den Kreativen für Giesing bei Friesing in Giesing am Standl vor der Tela-Post am Tegernseherplatz. Also das ist die Tramstation Silberhornstraße zu Gast. Und von 10 bis aus bis voraussichtlich 18 Uhr kann man da vorbeikommen. Kunst und Merchandise gibt es. Und da gibt es vielleicht auch die Chance auf die letzten Weihnachtsgeschenke. Und ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich denke mal, das geht auch zum Teil eben an den e.V. und den Nachwuchs und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. So, jetzt gucke ich auch meinen schlauen Zettel und habe alles abgehakt. Apropos Weihnachtsgeschenke. Werbung. Werbung. Ja, natürlich ich kann aus rein egoistischer Sicht nur mal wieder darauf hinweisen. Ich habe ja in diesem Jahr, auch das ein Highlight für mich 2022, ein Buch veröffentlicht im Klartext Verlag TSV 1860 möglichen populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Sind noch ein paar Flager, glaube ich. Auch ich habe noch genau sieben Exemplare rumliegen. Also wer vielleicht ein persönlich signiertes haben will zu Weihnachten oder es verschenken will, gerne melden bei mir oder über das Bergfest irgendwie Kontakt aufbauen. Da ist noch was da und ansonsten gerne beim Buchhändler eures Vertrauens oder auch von mir aus bei Amazon. Ja, glaube ich ein nettes Geschenk zu Weihnachten. Und zweite Werbung, wir haben noch ein paar Hoodies rumliegen. Wir haben ja über Instagram und Facebook ein paar verlost. Nein, Einnahmen verlost. Und es gibt noch die Größen, ich glaube, ich müsste noch, ich glaube LXL und XXL sind noch da in Blau und in Grau. Könnt ihr mal vorbeischauen bei uns auf den Social Media Accounts, da seht ihr die auch im Bild. In Farbe und Bunt. In Farbe und Bunt, genau. Und wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Da können wir auch was, da können wir was deichseln, würde ich sagen. Und wir können es vielleicht sogar noch so deichseln, wenn ihr schnell seid, dass es zum Weihnachtsabend, zum Heiligabend unter dem Christbaum liegt. Vielleicht in diesem Jahr auch noch, vielleicht auch einfach die Silvesterfeier im Lübenberg. Oder so, genau. Das ist auch nicht schlecht. Weihnachten ist ja immer meistens sehr warm, da ist es oft 10 Grad und Silvester wird dann wieder kalt, deswegen reicht meistens auch Silvester für so einen Hoodie. Er ist wirklich sehr warm, er ist sehr, sehr, Angeblich im Januar, Februar soll es auch noch kalt sein, also so viel dazu. Und dreckt sich dann auf Giesingshöhen übrigens auch sehr gut. Damit sind wir endgültig am Ende, glaube ich, von Bergfestfolge 83 und die letzten warmen Worte aus dieser Runde in diesem Jahr. Anja, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Ja, wir haben darauf vermerkt oder verwiesen, dass man ja andere Sportarten schauen kann und es gibt Volleyballer bei 60 München, also TSV Haching. TSV Haching München. Und die spielen beispielsweise am 30.12. zu Hause gegen Düren. Düren ist gut, heißt man kann mit einer Niederlage schon rechnen, man weiß auf was, man sich einstellt, aber ist ein Blick mal wert, da hinzugehen, wenn man eh Zeit hat. In der Premier League gibt es den Boxing Day und im Volleyball ist es der Bridging Day oder wie nennt man das? Der Bagger Day. Der Bagger Day, ja. Sonst noch irgendwas? Könnte man machen. Nö. Auf der Anstellung sind wir immer wieder gerne hier gesehen und gehört. Eine kleine Anmerkung, das wollte ich eigentlich vorher schon sagen, ich glaube, dass Spieler, die nicht bei der WM dabei waren, zum Beispiel Dritteligaspieler vom glorreichen Verein TSV 1860 München, dass die die Zeit ihres Lebens hatten in den letzten Wochen. Wenn man so bei Instagram geschaut hat, ein Jesper Verlade war irgendwie Backpacking in Vietnam und Fabian Greiling aber in Australien und die haben das wirklich, ich glaube, genossen, dass da jetzt einfach mal sechs Wochen nichts war und das sollte uns zu denken geben, auch was so den großen Fußball angeht. Fußballer sind auch nur Menschen und die freuen sich mal, wenn sie vier Wochen frei haben und dann eben auch sich solche Lebensträume verwirklichen können, weil dafür bleibt, wenn nicht gerade eine Winter-WM ist, keine Zeit und das gönne ich denen von Herzen. Absolut. Lasst es mehr Menschen wieder. Weniger Business, mehr Menschen. ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann möchte ich noch ein, zwei Worte sagen. Tatsächlich, ich habe nichts vorbereitet, aber einfach so mal von aus vollem Herzen. Herzliches Dank, Dankeschön an alle Beteiligten am Giesinger Bergfest, an jeden einzelnen Hörer, an jeden Abonnenten, an jeden, der uns Mails geschrieben hat, der antwortet auf Social Media Stories, der Feedback gibt und nicht Feedback super oder scheiße, sondern wo ein bisschen Fleisch einfach auch dran ist. Es freut uns immens, natürlich freut uns jeder Daumen hoch und so, aber natürlich am meisten freuen wir uns, wenn man merkt, dafür beschäftigt sich jemand damit und wir erreichen Leute auch emotional. Das freut uns wirklich sehr, deswegen ein herzliches Dankeschön. Da hat jemand seine Zeit auch genommen dafür. Deswegen auch da ein großes Dankeschön und auch an viele, die wir persönlich schon kennenlernen durften, was uns da auch sehr, sehr gefreut hat und aber natürlich das ganz große Dankeschön an Anja und Alex, an euch beide. Ohne euch wird es dieses Bergfest genauso wenig geben. Genauso wenig geben, geben wie ohne dich. Deswegen auch danke dir. Nein, das ist ein Fixpunkt in der Woche, auch wenn wir jetzt mal ein paar Wochen Pause hatten, aber es hat jetzt auch heute wieder sehr, sehr gut getan, da in den Löwenkosmos mit euch einzutauchen und deswegen freue ich mich auch auf 2023 vielleicht mit einer ersten riesengroßen Party, die wir gemeinsam feiern können in Giesing, da im Mai. Wäre natürlich eine sehr, sehr tolle Geschichte und ansonsten, ja, ich freue mich auf ein ereignisreiches 2023 und das Bergfest wird es einfach dann auch wieder regelmäßig am Mittwoch zum Frühstück serviert bekommen. So ist es. Dann verbleiben wir ganz klassisch mit Verweis auf Facebook, Twitter, Instagram, auf www.giesinger-bergfest.de, auf das Bergfest-Phone. Ich suche jetzt die Nummer nicht nochmal raus. Und lasst gerne eine Bewertung da, 5 Sterne von uns am meisten, abonniert ihn, redet über uns, empfehlt uns weiter und bleibt gesund, bleibt euch treu, bleibt uns treu im besten Fall. Frohe Feiertage, ein frohes Fest, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest. Rutscht gut rüber ins neue Jahr 2023. Dann hören wir uns wieder, den einen oder anderen sehen wir vielleicht auch dann wieder und deswegen verbleiben wir zum letzten Mal im Kalenderjahr 2022 mit den aller allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.